so hallo zusammen in heutigen produktvorstellung möchte ich euch unsere neue luminous glocken mit knicklicht halter vorstellen erhältlich immer zwei stück im sp-päckchen insgesamt haben wir drei verschiedene größen größe s größe m und größe l wobei die größe essen durchmesser von 2,6 bis 3,0 millimeter hat die größe m 3,1 bis 3,6 und die größe l die größte für 3,7 bis 4,2 millimeter also guten durchmesser hier spreche ich immer von boden durchmesser habe ich jetzt mal vorbereitet hier eine relativ feine teleskoprote hier in der größe es montiert hier auf dem bild sehen könnt immer mit zwei glocken das grüne ist alles luminous sprich es leuchtet in der hier mal vorbereitet in einer mittleren routenstärke eine allroundroute mit der montierten glocke hier und die ist einfach fest auch beim anschlag fliegt sie nicht gleich weg sie wackelt nicht sie kann überhaupt von der schnurführung platziert werden und je nachdem habt ihr auch noch spiel wenn es verschiebt je nach routenblank kann es hier noch stärker oder schwächer eingestellt werden das gleiche auch noch ein starke karpfen oder allroundrouten super beim nachtangeln und hier oben ihr seht ist noch eine hülse und hier kann man noch ein knicklicht oder eins von den neuen led-knicklichter beispielsweise montieren somit haben wir immer einen perfekten blick beim nachtangeln auf die rute und auch die doppelglocken extrem laut und wer hört jeden bis ich hoffe ich konnte euch unsere neuen doppelglocken wie luminous sind kurz vorstellen erhältlich bei einem tackle dealer in drei verschiedene größen immer zwei stücke im sb-päckchen und viel spaß beim probieren und viel spaß beim nachtangeln petri heil